Hallöchen! Ja, wir sind hier wieder im Pflanzenladen. Im zweiten heute. Haben beim ersten schon das Auto vollgeladen. Und da führen wir noch so ein paar Kleinigkeiten mit, dass es noch so reinpasst. Ich wollte jetzt zum Vergleich mal mit der richtigen, also einen richtigen Film machen. Keinen Live-Stream. Ich hatte vorher schon zwei Live-Streams. Da wollte ich jetzt mal die Qualität vergleichen, was das für einen Unterschied macht. Das ist zwar wahrscheinlich sowieso immer unterschiedlich, je nachdem an welchem Fleck man gerade steht. Wegen dem Empfang vom mobilen Internet. Aber trotzdem mal interessant, was das für einen Unterschied macht. Wahrscheinlich einen ganz schön großen. Am Bild-Display sieht es ja alles gleich aus. Da sieht es gestochen scharf aus. Schon besser als in echt fast. Ja, das hat leider den Nachteil hier, das echte Video, dass man die Kamera nicht wechseln kann. Also ich kann jetzt nicht zwischen Front- und Rückkamera hin und her wechseln. Das ist manchmal ziemlich schade. Ja, ich werde mich mal langsam wieder nach vorne vorarbeiten, damit wir uns möglichst schnell hier vor dem Acker machen können, damit wir schnell wieder nach Hause kommen. Ich glaube, ich bin schon wieder zu schnell mit der Kamera unterwegs. ... ... Ich habe noch ein paar Böten, die uns zum Teil ist. Ich kann parallel das auf Ketisch machen, das ist nicht nett, die Funktion. Schon wieder zu schnell unterwegs. Abwechslung Wolltf 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 oder was? Ja. Wenn nicht, dann nehme ich noch zwei, wenn es alles gut ist. Was soll ich jetzt gucken? Naja, wenn zum Beispiel, wenn das, das an die Mitte, dann kann ich noch zwei hier und dann bei meinem Sitz habe ich auch noch was. Gibt das? Ich verstehe nicht genau. Also du willst noch ein bisschen mehr Blumen? Noch eine Packung mehr oder so? Ja. Ja, du solltest das Stativ vielleicht da unten hin und dann daneben noch so ein Dings und dann musst du das irgendwie, aber nicht so viel, ja? Einen kleinen Beutel, ja nicht so einen großen. So, jetzt haben wir die letzten Sachen diskutiert auf dem Platz. Die haben hier oben noch Kapazität, aber die werden wir wahrscheinlich nicht nutzen, weil wir das nicht müssen. Oh, ich hoffe, das hält hier. Bisschen gefährlich aus, aber ich vertraue mal dem, der das da angebaut hat. So schnell wird er ja nicht beschleunigt. Jetzt nehme ich mal noch ein paar Screenshots vom, oder ein paar Fotos vom Weisfeld mit. Das sind so eine Art Terrasse hier, aber wirklich Terrasse. So klein. So klein. So sieht das aus. Zu berühmes noch so ein Pflanzen-Shop. Ja, das sind alles Pflanzen hier zum Verkaufen nehme ich an. Das sind alles in Töpfen oder in diesen Pulli-Bags. Die ganze Felder von, oder Wälder, das sagt man hier bei Bäumen. Jetzt machen wir noch ein paar Shots hier von dem Weisfeld. Ja, ich gehe dann mal zurück. Und dann fahren wir auch schon los, denke ich. Ja. Oh! Sehr gut. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2021 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020